Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Diesen Freitag, dem 1. April, ab 20 Uhr findet ein großer Livestream statt. Wargaming, Ryokut und Modality laden euch herzlich ein zu etwas, nun ja, epischem. Ich habe auch keine Ahnung, um was es geht, denn es ist der 1. April, es ist Wargaming, also lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ich hoffe, ihr habt Lust, Zeit und viel gute Laune, natürlich wird es auch wieder etwas zu gewinnen geben. Ich freue mich auf euch, Freitag ab 20 Uhr auf twitch.tv slash modality und lasst uns dort gemeinsam herausfinden, was Wargaming da für uns geplant hat. Ich bin sehr gespannt, macht's gut, bis Freitag, euer Mu, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017